Und ein Moinsen zu diesem herausgearbeiteten Zwischenfazit zu Bruno Labbadia. Viele Statistiken, bin ja ein Fan von Statistiken, auch viel Aufwand hier drin dadurch, einfach viel Recherche, Tabellen gucken, dies, das. Meinung gerne in den Kommentaren von euch zu den ganzen Punkten, weil es gibt natürlich wie immer einige Unterpunkte. Trainervergleich, es gibt einen Tweet, in dem die ersten 10 Spiele jeweils verglichen werden, da ist Labbadia vom Schnitt sogar noch schlechter als Weinzierl. Ist hart, ist auch so faktisch korrekt. Ich gucke hier trotzdem auf diese Saison, weil es sehr schwer vergleichbar, weil unterschiedliche Kader damals, unterschiedliche Gegner damals hier unterschiedlich stark waren, von der Tabellenposition her in den jeweiligen Spielen. Deswegen blicke ich im Vergleich auf Pellegrino, Matarazzo, Wimmer und natürlich Labbadia und eben deren Statistiken in dieser Saison, auch nur diese Saison. Also bei Matarazzo nehme ich nicht letztes Mal mit rein, damit eben alles auch vergleichbar ist, weil alle mehr oder minder den gleichen Kader hatten, die gleichen Gegner hatten, auch die Gegner hatten mehr oder minder den gleichen Kader. Klar gaben wir noch Transferfenster so, bei uns also plus, minus, Ahamada, Haraguchi und Diaz, aber so ist es ein bisschen vergleichbarer. Bruno Labbadia, 10 Bundesligaspiele, 1 Sieg, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Es sind 6 Punkte, 11 Tore, 15 Gegentore. Heimspiele gegen Mainz, Bremen, Köln, Bayern, Wolfsburg. Auswärtsspiele gegen Hoffenheim, Leipzig, Freiburg, Schalke, Frankfurt. Und dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal in Paderborn. Michael Wimmer, 6 Bundesligaspiele, 3 Siege, 3 Niederlagen, 9 Punkte, 9 Tore, 13 Gegentore. Auswärtsspiele gegen Bochum, Augsburg, Hertha, Auswärtsspiele gegen Dortmund, Gladbach, Leverkusen und dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal gegen Bielefeld. Pellegrino Matarazzo hatte 9 Bundesligaspiele, alles unentschieden, also alle Punkte waren unentschieden. Kein Sieg, 4 Niederlagen, also 5 Punkte, 9 Tore, 14 Gegentore. Heimspiele gegen Leipzig, Freiburg, Schalke, Frankfurt, Union. Auswärtsspiele gegen Bremen, Köln, Bayern, Wolfsburg und dazu das Weiterkommen im Pokal in Dresden. Und jetzt kommen wir zum großen Vergleich. Mehr oder minder Ranking von Platz 1 bis Platz 3 quasi von links nach rechts, also Nummer 1 mit den besten Werten, Nummer 3 mit den schlechtesten unter den drei Treinen, die ich hier gucke. Spiele, Labbadia hat die meisten Spiele, Matarazzo hat 9, Wimmer hat 6 Spiele. Beste Torausbeute pro Spiel liegt bei Wimmer, 1,5, danach Labbadia 1,1, Matarazzo 1. Die schenken sich nicht so viel. Größte Differenz zwischen den Toren insgesamt, also Expected Goals in der Statistik, ist Matarazzo ganz vorne, also er hätte 1,73 Tore mehr schießen müssen, der VfB unter Matarazzo. Danach Wimmer und danach Labbadia. Wenigste Gegentore pro Spiel, 1,5 bei Labbadia, also die beste Defensive unter ihm. Matarazzo leicht schlechter, 1,55 und Wimmer schlechteste Defensive mit 2,16 Gegentoren pro Spiel. Auch hier wieder der Vergleich mit den Expected Goals ergänzt, also die zu erwartbaren Gegentore. Hier die größte Differenz bei Labbadia, also er hat 1,47 Tore mehr kassiert als erwartet. Das ist damit quasi der beste aus der Reihe. Matarazzo minimal mehr, gefühlt eigentlich statistisch auch nicht wirklich verwertbar, irgendwie mehr Tore kassiert als musste. Wimmer aber ganz deutlich fast vier Tore mehr kassiert als zu erwarten war. Der beste Punkteschnitt pro Spiel natürlich bei Wimmer, 1,5 Punkte, Labbadia 0,6, Matarazzo 0,55. Also wir sehen hier Labbadia, Matarazzo, ähnliche Spieleanzahl, ähnliche Punkteanzahl. Die schenken sich in den meisten Statistiken mehr oder minder nichts oder sind sich sehr ähnlich. Hier auch wieder der Vergleich, höchste zu erwartende Punkte, also x Expected Points. Wimmer hat 1,46 Punkte pro Spiel erwartbar nach Statistiken und alles. Labbadia 1,26 und Matarazzo 1,25. Das ist ja auch eine dicke Differenz, nur 1,26 zu tatsächlich 0,6 und bei Matarazzo 1,25 zu tatsächlich 0,55. Wimmer hat quasi so performt, wie es auch statistisch hergegeben war, mit 1,46 und hat 1,5 Punkte geholt. Größere Differenz auch hier in der Gesamtpunktzahl zwischen den erwarteten Punkten und tatsächlichen Punkten. Labbadia ganz vorne, er hätte nach den Statistiken 6,61 Punkte mehr holen müssen, als er es getan hat. Also hätten wir unter ihm 12,16 Punkte holen sollen, statt 6 Punkte. Da hat er auch im 6er Bereich 6,26 Punkte mehr holen müssen, also 11,26 statt 5. Bei Wimmer ist sogar ein Minus, also wie gesagt, er hat genauso performt, 8,8 Punkte hinterholen sollen und hat 9 Punkte geholt. Nun der Tabellenplatz, wenn man eben auf den Zeitraum schaut und die Spiele unter den einzelnen Trainern schaut. In dem Zeitraum, in dem er bei uns Trainer war, ist Wimmer auf Platz 8 der Bundesliga und Labbadia Matarazzo beide, na, ziemlich kacke. Auf Platz 17, auch hier wieder der zu erwartbare Tabellenplatz nach eben den Expected Points und so weiter. Und hier sieht man eben das Thema Underperforming, Labbadia könnte, hätten wir die Punkte geholt, die uns statistisch möglich gewesen wären, wäre er auf Platz 9. Und der Beste von diesen drei Trainern in seinem Zeitraum, Wimmer auf Platz 12, Matarazzo auf Platz 13. Und jetzt kommt eben auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt dafür oder auch großer Punkt dafür, finde ich zumindest, nämlich das Programm. Also jeweils die Gegner, auf welchem Tabellenplatz sie standen an dem Spieltag, wenn sie gegeneinander gespielt haben oder vor Anpfiff quasi, wie waren die Tabellensituationen. Und das natürlich dann auch immer im Schnitt. Und da hatte Wimmer mit Abstand das einfachste Programm. Die Gegner hatten im Schnitt Tabellenplatz 12. Labbadias Gegner 8,4, Matarazzo Gegner 8. Wie gesagt, auch da schenken sich Matarazzo und Labbadia nicht viel einfachstes Heimprogramm. Und mal aufgedröselt in die einzelnen Spiele. Wimmer 15,6. Also diese drei Heimspiele, da war der Gegner im Schnitt quasi auf Relegationsplatz. Bei Labbadia war es Platz 8, bei Matarazzo 7,6. Auswärts muss man sagen, schenken sich alle drei recht wenig. Labbadia 8,8, das einfachste Auswärtsprogramm offiziell. Matarazzo 8,75. Und Wimmer 8,3. Kommen wir eben auch zu den Punkteschnitten dann, die heraus resultiert sind. Also die richtigen Punkteschnitte, nicht die erwartbaren. Wimmer halt, ne? Alle drei Heimspiele gewonnen. Also 3,0er Schnitt, wie gesagt, einfachstes Heimprogramm auch. Labbadia 0,8er Schnitt zu Hause, Matarazzo 0,4er Schnitt zu Hause. Und Auswärts sieht es bei allen komplett scheiße aus. Matarazzo 0,75, sogar die meisten, wegen diesen paar Punkten, die er geholt hat. Labbadia 0,4 Punkte pro Auswärtsspiel. Und Wimmer, ja, drei Ausspiele, drei Niederlagen, also null. Hier lässt sich also ein bisschen was an Fazit ziehen, falls es zu viel auf einmal war. Die beste Offensive unter Michael Wimmer, die beste Abwehr unter Bruno Labbadia. Bester Punkteschnitt unter Wimmer, am meisten Underperformed, also wie gesagt, Expected Points, zu erwartbaren Punkte unter Labbadia. Bester Tabellenplatz unter Wimmer, bester zu erwartender Tabellenplatz unter Bruno Labbadia. Die einfachsten Gegner unter Wimmer, die einfachsten Gegner auswärts unter Labbadia, die einfachsten Gegner zu Hause unter Wimmer. Der beste Heimspielschnitt dadurch auch logisch unter Wimmer und der beste Auswärtsschnitt tatsächlich noch unter Matarazzo. Da ist die Statistiken, jetzt auch noch hier die Fansicht quasi mit rein. So von meinem Empfinden aus Fansicht aus, die Spiele von Labbadia mal kurz durchgehen. Mainz 1 zu 1, verdientes Ergebnis. In Hoffenheim hätte man verdient gewinnen müssen. In Leipzig war ein Punkt drin, gegen Bremen hat man verdient verloren. In Freiburg war auch ein Punkt drin, gegen Köln verdient geschlagen. Auf Schalke verdient verloren, gegen die Bayern verdient verloren. In Frankfurt verdient einen Unentschieden mitgenommen und gegen Wolfsburg verdient verloren. Also wäre nach meiner Rechnung, meiner Fansicht Rechnung durchaus vier Punkte mehr drin gewesen. Die Expected Points geben ihm sogar hier über sechs Punkte mehr, aber vier hätte man schon mehr holen können. Aufstellung, weil neben Statistiken gibt es natürlich auch fußballerische Grundprobleme. Er ist auch ganz klar. Der Kader ist, sag ich nichts Neues, ist nicht auf eine Viererkette und vor allem nicht auf nominelle Außenverteidiger ausgelegt. Ein Bonasosa ist defensiv zu anfällig dafür. Ein Waldemar Anton ist und bleibt ein Innenverteidiger und ist auch vor allem zu langsam für Außen. Rino und Wimmer haben das auch die ganze Zeit gespielt. Der Kader wurde vermisst und hat Matarazzo darauf ausgelegt, oder auch von Wimmer, weil er auch schon damals Co-Trainer, darauf ausgelegt, auf diesen Mix aus Dreierkette und Fünferkette, auf Wingbacks. Labbadia hat den Kader nicht zustammengestellt, das ist auch ganz klar. Aber er hat in der AnkunftspK auch gesagt, dass er damit arbeiten muss, was er hat jetzt im Abstiegskampf und quasi nicht so das auf Krampf so machen kann, wie er es will, sondern eben gucken muss, mit was er arbeiten kann. Und trotzdem tut er halt genau das ja gerade. Er presst den Kader in seinen 4-3-3, was halt nicht funktioniert. So, die Zahlen sollte man so gesehen vertauschen, zu einem 3-4-3 zum Beispiel. Klar, man findet einen Stabilisator im Mittelfeld, ist aber schon mal grundlegend offensiver aufgestellt. Und jetzt mal hier eine Beispielsaufstellung. Was hält uns denn davon ab, einfach so zu spielen? Predlo, Dinos, Anton, Ito, kannst du auch Zagadou spielen lassen. Also für Anton zum Beispiel. Wagnumann, Endo, Haraguchi, Sosa und vorne Tomasch, Gerasi und Dias. Wie gesagt, natürlich personell ein bisschen austauschbar. Gerade vorne haben wir viele Optionen auch in Führigkeitsspielen, Perea, wie auch immer. Es ist ganz klar, neben Statistiken und sowas, die vielleicht ein bisschen was verschönigen, dass Labbadia hundertprozentig sein Spiel überdenken muss und auch sich selbst in seiner Strategie und alles überdenken muss, damit wir hier wieder erfolgreicher Fußball spielen. Lebensversicherung, Gerasi. Das darf man nicht vergessen. Hätte es auch vorhin schon ansprechen können, dass natürlich auch ein Silas kein Stürmer ist, aber er hat eben gerade einfach keinen, der da funktioniert. Weil ein Pfeiffer tut es ja auch offensichtlich nicht. Das ist ein Problem, gegen das Labbadia in erster Linie selbst nichts machen kann. Er ist ja nicht daran schuld, dass sich Gerasi einfach unter ihm verletzt hat im Spiel gegen Bremen. Labbadia hatte Gerasi, weil auch in Leipzig war er nicht dabei. Hier, glaube ich, auch irgendwie, was war das, Magen-Dame oder so eine Geschichte, auf ihm war er auch nicht mehr dabei. Labbadia hatte Seru Gerasi in drei von zehn Spielen. Und das waren die drei, in den ersten drei, seine ersten vier Spiele hatte er Gerasi. Das heißt, er fehlt schon seit sechs, beziehungsweise sieben Spielen von diesen zehn Spielen, fehlt Seru Gerasi bei Labbadia. Als er gespielt hat, Mainz hat er getroffen, in Hoffenheim hat er getroffen. Und dazu, wie gesagt, ich sage drei Spiele, aber eigentlich sind es zwei Spiele und eben 25 Minuten, weil so lange hat es gedauert, bis er dann gegen Bremen ausgewässert werden musste und verletzt war. Das ist ein riesen Unterschied, was unsere Torausbeute und Kaltschneuzigkeit da vorne angeht, zu 100 Prozent. Wie gesagt, schaut man sich den Silas an, schaut man sich den Perea an, wie man da vorne reinstellen will, es klappt nicht. Wir brauchen Seru, er kann nur so früh wie möglich zurückkommen. Wir müssen hoffen, dass es wirklich nicht mehr lange dauert, bis der Mann zurückkommt. Das ist eine Lebensversehrung, die Labbadia nicht hat. Das ist einfach wirklich ein ganz klarer Punkt. Selbstbewusstsein, denn das hat er. Wir haben es gesehen, die Tage, gehört die Tage. Wenn es einer kann, dann bin ich es. Auf die Frage, ob er noch einen Turnaround schaffen kann, ob er das Gefühl hat, dass er es noch schaffen kann. Er ist, wie gesagt, in der Hinsicht ist er eben bestätigt in diesem Selbstbewusstsein. Er ist noch nie abgestiegen. So, fertig aus. Dann mal so ein bisschen der Throwback zurück. Er hat uns übernommen 2010, 2011 in der Rückrunde und da waren wir auch an einem Punkt sogar am 20. Spieltag, nämlich sechs Punkte hinter Platz 15 und wir haben es trotzdem noch geschafft. Platz 12 haben wir, glaube ich, damals die Saison beendet. Aktuell nochmal, auch hier, es sind zwei Punkte auf Platz 15 aktuell. Also es gab schon schlimmere Ausgangslagen, die bewältigt wurden. Hamburger SV 14, 15. Da waren am 29. Spieltag noch vier Punkte weg vom rettenden Ufer. Hat es über Relegation geschafft gehabt. Wolfsburg 17, 18. Auch Relegationsplatz, hat es auch über Relegation geschafft. Und da waren wir erst ab Spieltag 32 auf dem Relegationsplatz. Also das war auch bestimmt mental alles nicht so easy, auch für die Mannschaft nicht. Auch für Wolfsburg noch eher was neueres Thema Abstiegskampf als bei anderen Mannschaften. Dazu hat er noch eine andere, lockerere HSV-Aussaison gehabt, wo sie drin gehalten hat. Und die Hertha hat er auch drin gelassen, drin gehalten. Den Klassen hat er halt geschafft. Man muss jetzt mal gucken, der bisherige Platzierungsdurchschnitt der Gegner ist bei 8,4. Und das Restprogramm, das wir jetzt noch haben, mit dem aktuellen Stand der Tabelle, ist bei 9,7. Also ein Tacken einfacher, vergleichbares Programm. Mit bisheriger Ausbeute pro Spiel, 0,6 pro Spiel, Punkte pro Spiel, sind das halt nur noch 5,4 Punkte, wenn das so weiterläuft, die wir holen. Heimspieler haben wir gegen Dortmund, Gladbach, Leverkusen, Hoffenheim. Das ist im Schnitt Platz 8,5. Aktuell, Auswärtsspieler haben wir noch gegen Union, Bochum, Augsburg, Hertha und Mainz. Das ist im Schnitt Platz 10,8. Und am Ende des Tages, wenn du so weiterspielst, mit dem Punkteschnitt weiterspielst, mit 25,4 Punkten dürfte es sehr, sehr schwer werden, die Klasse zu halten. Neuer Trainer, Fragezeichen. Vorab, so wie es jetzt aktuell berichtet wird, ist es finanziell wohl sowieso nicht möglich. Abfindung, neuen Trainer bezahlen, dies, das. Vertrag bis 2025, es hieß aber auch mal, ich weiß nicht, ob es von offizieller Stelle war, aber vor allem bei Ricky mal gelesen, Ricky Palm, dass man scheinbar doch einen guten Vertrag gemacht hat, dass man gut aus dem Vertrag rauskommen könnte, beidseitig jeweils. Vielleicht also doch möglich ist die Frage, was hier wirklich die Sache ist. So, aktuell wird geschrieben, dass auf jeden Fall kein Trainerwechsel möglich ist und ebenso wird auch geschrieben, dass auch gerade nichts darauf hinweist, dass er entlassen wird, zumindest war es erstanden nach dem Wolfsburg-Spiel. Es gab auch die Rückendeckung von Wohlgemuth, wobei man auch da sagen muss, nicht so auf die Waage legen, das wird immer gesagt, er steht nicht zur Debatte, Trainer steht nicht zur Debatte, ist der Klassiker, heißt nix. Da wurden auch schon Trainer und Tag danach trotzdem rausgeworfen. So, und sollte er entlassen werden, gucken wir mal ganz kurz drauf, was ist denn auf dem Markt? Auf was soll man denn da Bock haben? Auf was ist da der Hype im Markt aktuell? Nico Willig wird von vielen reflexartig gefordert, so, da bräuchte es aber, glaube ich, auch so ein bisschen einen Sinneswandel, also auf jeden Fall ist natürlich ein bisschen länger her sich geäußert, aber Aussagen von ihm und Infos zu ihm waren eigentlich immer, dass er selbst eigentlich gar nicht unbedingt will, so in die Cheftrainer-Position. Allerdings jetzt ja auch die Gerüchte, um im Wechsel zu Freiburg 2, vielleicht aus 2019, also durchaus ein Upgrade da, also ein Wunsch auf Beförderung quasi da, vielleicht hat er doch jetzt einen Sinneswandel. Gleichermaßen muss man sagen, weiß ich, ob ich als Willig mir das nochmal geben würde, er ist ja schon mal quasi offiziell als der Trainer, der im VfB abgestiegen ist, eben abgestiegen. Weiß nicht, ob ich da persönlich nochmal Bock drauf hätte, als Nico Willig dann nochmal eine Mannschaft zu übernehmen, für die ich nichts kann, dass ich gerade so scheiße da stehe und so vielleicht wieder auf Relegation rette, wieder absteige oder vielleicht doch ganz absteige. Und dann am Ende quasi wieder zum zweiten Mal in der Vita drinstehen habe, ich bin mit dem VfB abgestiegen, obwohl er eigentlich dafür gar nichts kann. Und er wurde ja auch in der zweiten Liga und sowas nie gefragt, ob er weitermachen will. Das kam ja auch direkt mit dem Tim Walter, also ich weiß nicht, wie da aktuell die Lage, auch die Sinneslage von dem Nico Willig dazu steht, beim VfB-Cheftrainer zu sein. Schauen wir mal auf die freien Trainer aktuell, die man es aus dem Trainerkarussell kennt. Die alten Misslind hat Gerüchte, das sind immer noch frei, Schreuder und Torup. Der Rest ist jetzt mal Kohfeldt, wobei ich glaube, also ich hake jetzt mal ganz schnell ab und komme danach zu denen, die für mich somit am wahrscheinlichsten sind von den Namen her. Kohfeldt, also ich glaube nicht, dass irgendwer diesen Fehler nochmal macht. Fafre sehe ich nicht ganz, Hütter weiß ich nicht, ob der Bock auf uns hätte. Breitenreiter, ja, recht frisch entlassen, weiß nicht, ob der eine Möglichkeit ist. Heiko Herrlich ist seit Ewigkeit nicht dabei gewesen. Sijuane vielleicht auch noch was Größerem am Suchen. Hasenhüttl, glaube ich, ziemlich sicher nach was Größeres am Suchen als das. Jesse Marsch hast du, aber der hat auch mit England und so vielleicht andere Ansprüche. Ein Bosch, selbe Frage. Dardai ist für mich irgendwie Hertha durch und durch. Ich glaube, der macht keinen Trainerjob irgendwo anders gefühlt. Ein Baum, das sehe ich auch nicht. Korkut war schon mal da, kann es vergessen, die Nummer. Slomka sehe ich nicht mehr auf einer Trainerbank. Stöger, ja, sehe ich auch nicht unbedingt hier, weil ich glaube Österreich und Sohls unterwegs. Kamotzes ist auch nicht das Level. Jens Keller sehe ich auch gerade nicht mehr irgendwo auf der Trainerbank. Weinzell hatten wir auch schon mal, muss auch nicht sein. Und der Klaus von Nürnberg würde wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh kommen. Und es ist eine ziemlich junge Variante, sage ich mal. Und eben auch in Nürnberg ja nicht so krass erfolgreich gewesen. In dem Sinne, dass man in der ersten Liga dann, dass er quasi nach oben fällt nach der Entlassung. Am wahrscheinlichsten für mich, Bayer Lorzer, gab es den Tweet, dass er in Frankfurt saß auf der Tribüne. Warum auch immer, wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Connections hat zu Frankfurt oder zu uns. Der einzige Connection, die er hat, ist eben zu Werle oder hatte zu Werle. Vielleicht hat er es immer noch, keine Ahnung. Aber den hat eben Werle auch schon mal in Köln geholt. Mit Hoeneß, Sebastian Hoeneß, wurde ja auch schon damals nach Materazzo in die Gerüchteküche geworfen. Und nach Wimmer, glaube ich, auch. Ja, zumindest würde da die bevorzugte Formation passen. Dieser Dreierketten-Ding, dieses 3-4-2-1 oder 3-4-3, wie auch immer, würde zumindest da passen. Felix Magath muss immer mit reinwerfen. Der hat erst vor kurzem gesagt, dass er die Hertha noch mal retten würde, quasi, wenn sie wollten, würde er kommen. Der würde sich, glaube ich, auch dem VfB noch mal antun. Wer eben dann quasi noch mal Feuerwehrmann des Todes, also Feuerwehrmann mal zwei quasi. Und Gisdol, auch ganz klar der Nächste, den auch Werle schon mal nach Köln geholt hat. Und der auch immer in den Gerüchteküchen ist dann, wenn es eben um, ja, Abschichtskampf geht, um Feuerwehrmann geht, um Rettung geht. War ja auch bei Hoffenheim in den Gerüchten. Und da ist eben so ein bisschen die Frage, holt das jemand ab? So, holt das uns Fans ab? Gleichermaßen holen diese Trainer die Mannschaft genug ab? So, das ist eben so die große Frage. Magath wäre wenigstens witzig, da käme noch mal ein bisschen was rein hier und einfach auch ein geiler Typ. Oder eben, wenn man sagt, es ist doch ein Willig, je nachdem, nach seinem Sinneswandel. Oder es würde eben doch jemand ganz anderes kommen, irgendeine junge Lösung, die gerade noch aktuell keiner irgendwie auf dem Zettel hat. Aber ich sage ganz ehrlich, der Trainermarkt, ja, sah schon mal schöner aus. Kommen wir zum Fazit, Fazit quasi am Ende. Labbadia, wie schon bei Tarazzo, könnten beide besser wegkommen, was eben Expected Points angeht, was dieses Underperforming angeht. Wimmer wird mir etwas zu überbewertet. Es waren einfach diese tabellarisch saueinfachen Heimspiele in dem Sinne. Auch da Last-Minute-Treffer gegen Augsburg verdient, gegen die Hertha schon sehr glücklich. Labbadia macht Fehler, er muss sich neu erfinden, ist ganz klar. Die Formation, die Spieler, die er aufstellt, Dreierkette, dies, das. Defensiv wird stabiler, klar, aber offensiv fehlt der Plan. Generell so ein bisschen fehlt der Spielplan. Ihm fehlt aber auch, wichtiger Faktor, der Torgarant vorne drin mit Seru Gerasi. Es sieht schlecht aus, Labbadia hat gezeigt, dass er es kann, dass er auch mit größerem Rückstand punktetechnisch-tabellarisch kann. Aktuell zeigt das aber nicht so ganz und aktuell gibt einem das das Gefühl nicht. Der Punkteschnitt würde definitiv nicht reichen, den wir aktuell haben. Gerade wenn eben die Auswärtsserie anhält, trainerunabhängig die Auswärtsserie anhält, dann steigt man am Ende des Tages auch, weil die direkten Duellen kommen noch auswärts, würde man am Ende des Tages auch verdient absteigen. Klar ist auch, wenn man ihn entlässt, dann halt jetzt. So, jetzt, letzte Länderspielpause, danach ist keine Zeit mehr. Wäre dumm, ihn beispielsweise jetzt nach dem Unionsspiel zu entlassen, weil er hätte es nämlich zwei Wochen verloren, die du einen neuen Trainer hättest geben können. Persönliche Meinung jetzt ein bisschen noch, mal dazu in einem Extraviden noch zur Mannschaft dann, da hat sich auch bei mir einiges an Hass mittlerweile angesammelt, auch nach den neuen Geschichten von heute. 59 Bundesligaspiele, 11 Siege und das unter drei Trainern. Wie gesagt, auch schon im Stichpunkt, wie gesagt, die Truppe ist für mich in der Pflicht. Es ist immer einfacher, einen Trainer zu entlassen, als elf Spieler auszutauschen. Das wissen die Spieler auch und das kotzt mich an. Diese Trainerentlassung als Alibi, auch wenn sie sportlich und so weiter vertretbar wäre, weil man hat Matarazzo mit den gleichen Statistiken diese Saison auch entlassen. Aber, ja, ich sehe halt auch, wenn man ihn entlässt, sehe ich keinen Trainer, der mich gerade irgendwie besonders hoffen lassen würde beim VfB Stuttgart. Also, wie gesagt, Video zur Mannschaft folgt wahrscheinlich morgen, weil es auch komplett zum Verrücktwerden. Vielleicht konnte ich euch mit dem Video hier hoffentlich ein paar neue interessante Daten liefern zum VfB, zu den drei Trainern dieser Saison, die wir bisher schon unter Vertrag hatten und haben. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, eure Meinung gerne in die Kommentare und bis zum nächsten Mal.